Es gibt ein weiteres Interview mit dem CEO von Vivi. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Coca-Cola NFT Drop an, sowie auch den nächsten Comic Drop. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin Stan Captain, dein Vivi OG und heute mit einem ganz anderen Hintergrund als sonst und das wird auch in Zukunft so bleiben. Darum soll es heute aber nicht genau gehen, sondern es soll heute um die nächsten Drops und Ankündigungen gehen und deswegen würde ich auch sagen, starten wir jetzt direkt rein ins Video. Bevor wir das aber ganz kurz tun, möchte ich ganz kurz sagen, diese Woche wird es keinen Livestream geben, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt. Ich wünsche aber euch da draußen auf jeden Fall eine wunderschöne Weihnachtszeit, eine schöne Zeit mit euren Liebsten, mit der Familie und lasst euch vom Wetter nicht ärgern und jetzt würde ich sagen, starten wir auf jeden Fall rein ins Video. Und das Erste, was ich ansprechen möchte, ist hier das letzte AMA mit David Yu. Das Ganze hat relativ viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, da hier auf jeden Fall einige interessante Dinge gesagt wurden. Zum ersten Punkt, es soll mehr Gaming-Content kommen, wie zum Beispiel von Ubisoft mit den Rabbids. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Hier können natürlich nicht nur Collectibles, sondern natürlich auch Games in Zukunft kommen. Das ist aber natürlich an dieser Stelle rein zur Spekulation von meiner Seite. Ansonsten soll es noch neue Produkte in 2024 geben, neben Collectibles und ich gehe mal davon aus auch Comics, was zum Beispiel Musik sein könnte oder zum Beispiel auch Sport. Das sind auf jeden Fall interessante Dinge meiner Meinung nach und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was wir dann nächstes Jahr sehen werden. Musik sollte ja eigentlich schon dieses Jahr kommen, hat sich jetzt aber verzögert und wird dann hoffentlich laut David in Q1 kommen können. Außerdem gute Nachrichten für die Apple Vision Pro. Hier soll wohl gut daran gearbeitet werden, dass das Ganze dann auch nutzbar ist für die Apple Vision Pro mit dem Viviverse. Beispielsweise auch sehr, sehr interessant. Ich halte euch natürlich da draußen auf dem Laufenden, falls es dazu irgendwelche News gibt. 2024 soll wohl das Jahr für Umi werden. Es soll sehr, sehr viel kommen und ich bin natürlich sehr gespannt, ob das tatsächlich dieses Mal wirklich auch so sein wird oder ob das wieder nur plumpes Gerede ist von David. Ich gehe aber tatsächlich davon eher aus, dass wir wirklich 2024 was sehen werden. Die Zeichen stehen hier relativ gut und auch der Omikus scheint sich jetzt doch hier nach oben zu bewegen. Wir sind jetzt hier gerade im 1-Stunden-Chart und wir haben jetzt hier einen wunderschönen Breakout gesehen über diese Resistance, die wir hier in der Vergangenheit aufgebaut haben und jetzt wird man sehen, wie der Markt hier insgesamt weiterzieht. Insgesamt sind wir schon so knapp 7-8% heute im Plus. Das ist natürlich hier aufgrund der Ranges jetzt nicht gerade viel, wenn man sich das anschaut, diesen mal 7%. Ja, so eine Swing hin und her. Jetzt sind wir aber hier von unten schon tatsächlich sogar knapp 10%, sogar in der Spitze hoch. Also an sich nicht ganz so schlecht. Man muss natürlich jetzt aber abwarten, wie sich der Markt in den kommenden Tagen und auch Wochen jetzt weiterhin entwickelt. Als nächstes schauen wir uns einen Kommentar an von David, der wirklich die Runde gemacht hat und meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr schwer zu bewerten ist. Für alle diejenigen, die jetzt sagen, hey, ich kann Englisch aber nicht so gut, ich werde das am Ende hier nochmal ganz kurz zusammenfassen. Das heißt, wenn du das sowieso nicht wirklich verstehst, dann kannst du hier kurz eine Minute gleich vorskippen. I found the question was, are there any regulatory issues restricting them from listing OMI on more exchanges? What's the delay? Ja, we don't actually get to select what exchange we get listed on. We, you know, the truth is, everyone knows this is very common knowledge that you submit application and if the community sentiment is good, you get listed. As simple as that. If the sentiment is no good, obviously exchanges don't want fathers out there, they want healthy community, just like any business you bring on, partners. So they review, they are very smart, they have a way to scheme through our social media, our channels, our customers, our holders, and they make a decision from their front. That's what they communicate back to us constantly. I found the question was, are there any regulatory issues? Um kurz zusammenzufassen, was David jetzt hier eigentlich gesagt hat. David hat gesagt, dass laut den Exchanges sie hier nicht gelistet werden, weil das Sentiment nicht gut genug ist bei OMI. Und da muss man tatsächlich sagen, es ist etwas widersprüchlich, da natürlich ein Listing für ein sehr gutes Sentiment sorgen kann. Wenn jetzt beispielsweise OMI plötzlich auf Binance gelistet werden sollte, dann würde das dadurch ein deutlich besseres Sentiment geben, anstatt es halt einfach so zu lassen, wie es jetzt momentan ist. Von daher macht diese Aussage eigentlich aus meiner Sicht ziemlich wenig Sinn. Und meine Erklärung eigentlich für diese Aussage ist nur, dass David hier etwas meint, was aber völlig falsch rübergekommen ist jetzt im Endeffekt. Ich muss auch sagen, ich bin ja auch schon David das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen und ich muss schon sagen, dass ich die Aussage schon etwas seltsam von ihm finde. Ihr könnt mir auf jeden Fall sehr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Aussage denkt. Aber ich persönlich halte jetzt nicht so viel von dieser Aussage und bin auf jeden Fall eher der Meinung, dass hier eine Exchange dieses Problem mehr lösen könnte, als zu sagen, okay, man hält es zurück. Und ich denke auch nicht, dass es hier ein plausibler Grund ist, warum wir keine Exchanges gesehen haben bis jetzt. Denn wir hatten teilweise ja eigentlich ein super Sentiment am Ende des Bullenmarktes und haben dann eigentlich ja keine Exchanges bekommen. Von daher macht das irgendwie ziemlich wenig Sinn. Ich bin aber sehr gespannt, was da auf jeden Fall noch in 2024 zukommen wird. Ich denke, dass es hier einfach ja völlig falsch formuliert wurde von David und hoffentlich ja vielleicht sogar noch klargestellt wird. Kommen wir noch zu einem positiveren Punkt und zwar soll es die nächsten zwei Monate wohl mehr Frauen-Content geben. Das heißt, wir könnten eventuell auch neue Lizenzen wie zum Beispiel Barbie sehen auf der Vivi-App, die dann zum Beispiel droppen. Ich bin aber auf jeden Fall sehr gespannt, was David hier darunter versteht unter Female-Content. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Ich werde dich natürlich auf dem Laufenden halten. Ansonsten schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Coca-Cola-NFT-Drop an für die nächste Woche und dort wird er am 28. Dezember um 19 Uhr deutscher Zeit. Ganz wichtig, 10 AM ist immer 19 Uhr und 8 AM ist immer 17 Uhr. Werden wir hier vier von diesen Maschinen sehen von Coca-Cola in unterschiedlichen Jahrgängen. Hier haben wir zum Beispiel den ersten Jahrgang aus den Jahren 1980. Übrigens hier noch ein kleiner Hinweis, wir haben sogar FR, Sprite und Fanta hier mit dabei. Ganz witzig. Ansonsten haben wir natürlich hier einen sehr, sehr coolen Listenpreis von gerade mal 20 Gems, was ich wirklich in Ordnung finde hier für diese Teile. Ansonsten haben wir eine Editionzahl von 1980 Stück und natürlich eine First Edition. Als nächstes haben wir hier einen weiteren Coca-Cola Automaten. Dieser wird aus den 1950er Jahren sein und in Editionzahl von 1550 Stück haben. Außerdem schauen wir uns dann den nächsten Mal an. Der hier wird aus den 1960er Jahren sein. Finde ich persönlich auch sehr, sehr interessant gestaltet. Dieser wird eine Editionzahl von 960 Stück nur haben. Tatsächlich also ziemlich wenig. Und dann schauen wir uns auch den letzten an. Das wird eine Seaguller sein und hier aus den 1970er Jahren sein und nur eine Editionzahl von gerade mal 270 Stück haben. Was wirklich ganz schön, ganz schön wenig ist. Ihr könnt mir auf jeden Fall sehr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr diesen gesamten Job mitnehmt oder nicht. Ich persönlich bin da momentan so ein bisschen zwiegespalten, ob das ja so ganz worth it ist. Ansonsten ist eine coole Aktion und 20 Gems ist auch nicht so viel, aber ich bin da noch am Überlegen. Schreib du mir aber auf jeden Fall gerne in die Kommentare, ob du es mitnimmst oder nicht. Schauen wir uns noch den nächsten Comic-Job an und zwar nämlich Spider-Man Ersteck 2 aus dem Jahre 2013 und hier wird es das erste Battle zwischen Miles Morales und Peter Parker geben. Das Ganze wird am 26. Dezember droppen um 17 Uhr deutscher Zeit und wir schauen uns mal ganz kurz hier einmal die Cover an. Die sind erstmal sehr, sehr gut gelungen, muss man sagen. Auch die Ultra hier gibt es übrigens in Real Life. Das ist eine Variant Edition und ich würde sagen, wir schauen uns noch mal ganz kurz hier die Daten auf Co-Collect an. Diesen nehme ich nicht allzu stark. Vielleicht hätte der ein oder andere hier krassere Preise erwartet. Wir sehen jetzt hier aber eine 9.8 gerade mal für 80 Dollar und gerade mal 50 Grades. Das ist natürlich nicht wirklich viel und dementsprechend ist das natürlich trotz diesem ersten Kampf zwischen Miles Morales und Spider-Man nicht so ganz interessant für die meisten Leute anscheinend. Und von daher für mich persönlich ist das Ganze an dieser Stelle ein Skip. Ich werde mir aber auf dem Secondary Market definitiv das ein oder andere Cover dann günstig kaufen. Und das war es an dieser Stelle dann auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gebt dem ganzen Video sehr gerne auf jeden Fall ein Like. Und ansonsten bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche euch da draußen auf jeden Fall ein wunderschönes Weihnachtsfest und bis denn, euer Käpt'n. Ciao, ciao.